Hallo Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, aber zu einem ganz besonderen Video. Denn ich habe fast drei Jahre alte Videos vom alten Kanal gefunden, den ich ja verloren habe. Deswegen gibt es jetzt insgesamt 14 Videos und dieses ist eines von den 14 Stück. Die Videos habe ich natürlich geschnitten, aber das ist, wenn ihr dieses Video seht, auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Noch eine kleine Info am Rande. Am Freitag um 19 Uhr findet mein Stream statt. Es werden vielleicht Moderatoren ernannt, wenn wieder jemand dabei ist, der schon ein paar Mal dabei wäre. Vielleicht. Kommt es drauf an. Und wir spielen heute Random Do's. Hallo. Tonja, Elfkiller, hallo. So Leute, wie schon gesagt, wir spielen Random Do's. Insgesamt sind es zwei Runden. Die erste ist nicht so interessant. Da passiert nichts, weil diese Tonja nie redet und ich rede dann auch irgendwann nicht mehr. Deswegen seht ihr es gerade im Hintergrund im Schnelldurchlauf. Ich sterbe einmal blöd. Das ist, naja, nicht so gut. Und dann sterben wir sowieso. Na gut. Aber, was ich sagen wollte, mal wieder. Ja, also das Video wurde aufgenommen am 25.05.2020 und zwar am 23.09.28 Sekunden. Aber die zweite Runde wird auf jeden Fall interessanter, weil da treffe ich einen, der dann irgendwann redet. Dieser spricht eigentlich Italienisch, also der Typ dann. Aber wir schaffen es dann auf Englisch zu halten, aber nicht so wirklich ordentlich. Aber ich würde sagen, jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video. Nein, bitte nicht. Ich habe keine mehr jetzt. Okay, wir machen mal noch eine Runde. Vielleicht treffen wir ja irgendwann noch einen Deutschen. Hallo? Hallo? Hello? Bitte? Kannst du auch nicht reden? Nein. Markiere mal Retail-Rue, wenn du mich hörst. Ja, wo ist sie jetzt markiert, hä? Markiere mal nochmal. Guck mal, ich habe es irgendwie nicht gesehen, falls wir markieren wollen, wo du landen willst. Frenzy, okay. Kannst du nochmal Dinge... Markiere mal Retail, wenn du mich hier hast. Komm. Bitte wenigstens, was du mich... Oder ihn, Alex. Lass ihn wenigstens mich hören. Falls du es wissen willst, falls du mich überhaupt hörst, dann... Du bist in ein YouTube-Video. Einfach den Kanal Powercraft suchen. Dann findest du meinen Kanal schon. So ein schwarzes Bild. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht viel zu sagen. Wenn ich mal jemanden mit Deutschen, der reden finden... Finde... Reden könnte. Okay. Oh Mann. Das ist auch noch da. Hm. Langsam echt langweilig. Mann, kann der mal ein bisschen herkommen? Okay. Tanz mal, wenn du Deutsch kannst. Hörst du mich? Dann Darm-Tanz. Okay, danke. Ich weiß nicht. Das ist halt... Irgendwie hört mich keiner hier. Okay. Ah, da hinten. Kleinen Schuss trifft auch einer. Und die dritte Runde wird die entscheidende. Güte. Und wer bis hierhin geschaut hat... Ja. Der ist einer. Er, den Zuschauer, schreibt mir. Hashtag. Hashtag, wer will... Ja, Hashtag, wer will... Wer will... Einfach, okay. Wir müssen uns irgendein noch so eine Meme überlegen. Ah, ich nehme jetzt Lagerfeuer. Das ist schonender. Okay. Was war ich denn für eine Ordnung hier? Weiß ja nicht, wie ihr euer Inventar sortiert. Viele macht es anders als ich. Und wir haben ja nur Boards in der Runde. Vielleicht tun wir mal zum ersten Mal ein Video einen Sieg. Das wäre zwar ohne irgendeinen... Aber... Das wäre dann das Ende des Videos. Wenn wir aber vor 20 Gegner sterben, mache ich noch herrten Dritten aussuchen. Wo hast du mich? Dann bewegt mal deine Waffe so. Wo hast du wohl nie? Mann, keiner kann mich hören. Was ist das hier? Das ist das hier. Ich bin da. Also... Sö... Das waren die Dinger. Aber... Ich bin da ein bisschen verdient. Ich bin da... Ich bin da... Schon wieder ein zu einer. und alles ist und hier im Endeffekt ich 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 darf nicht mehr so schnell der Film das ist schlimm heute eigentlich nur 320 mehr ja dann dass ich einfach alle anderen haben wir alles öffnen wir waren da schon mal super hey hey das war danke nicht schlecht ach so ich habe noch mal jahre jahre hörst du mich dann tanz mal ganz mal irgendwas bitte tanz mal ganz normale ganz normalen standard hat den taten schritte da hast du nicht gehen von mir hallo franches go can you speak a lounge no a fish or a bit i am germany i'm from germany it's okay when you are in a video a ist okay wenn du ein Video ein ein mega auf man weiß jetzt nicht was bedeutet aber ich auf Ich weiß nicht, was ich? Ein Italiener? Eben. Italiener? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ciao. Nein, nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, wie ihr seht, joint jetzt einen Doodler Dude. Das ist ein Freund von mir. Oder auch Mod, der baut auch eine Map. Also hat eine Map für mich damals gebaut, die Skin Contest Map. 100 Abonnenten. Ein Doodler existiert auch noch heute. Der heißt jetzt DarkPolo, also auf Discord. Und er ist noch immer da, also wir unterhalten uns ab und zu. Hallo. Du bist ja im Video übrigens. Hallo. Ich nehme gerade random Team, random Duos auf. Und ich krieg übelste. Ich habe jetzt einen italienischen. Davor hatte ich welche, die gar nicht geredet haben. Ey, das ist schlimm. Ich bin so schlecht. Nein, Team hat nach dem Ding. Nein, ich hatte nen Ding. Oh Mann. Oh Mann. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werd grad wiedergelebt. Und die checken es, nicht die Gegner. Die werden jetzt so hops genommen mit nem Raketenwerfer. Ja. 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 Oh mein Gott. Nein. Wir werden alle sterben. Ey. Nein. Du bist nicht ohne. Ja. Das war's. Ja. Okay. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen oder so? Falls ihr es nicht wisst, ich hab ne Katze. Vielleicht möcht die ja grüßen. Der ist zufällig auch Paula. Also ich heiße Paul, aber. Ich hab ne Anfrage von den Spielern bekommen. Oh mein Gott. Aber die nehm ich nicht an. No, 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 no. Der denkt sich, oh mein Gott, bitte nehm an. Du bist der beste Spieler der Welt. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht mehr an. Und hört mich immer an mein Lieb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mich hört dann bestimmt nicht an. Also machen wir ähm jetzt Krea vielleicht. Und ja. Wir nehmen vielleicht ein Video auf Leute. Aber ich beende an der Stelle das Video. Ich grüße mal. Lukas. Ich. Also ich würde sagen. Tschau Leute. Bis zum nächsten Video. Ja. Tschö. この Video. inch closed. Höustlich. Das ist schön. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.